Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu Couch on Couch, live heute mit Wirt und Andi und Ben. Da sind Wirt und Andi, Team Power Rangers heute und Team Mütze Schwarz hier auf dieser Seite. Ben ist am Start. Wir haben uns bereits positioniert, ihr seht es. Couch on Couch, ihr kennt vielleicht das Prinzip. Zwei Couches treten in einem epischen Wettkampf gegeneinander an. Ben, bist du bereit oder was? Ich bin bereit, ja. Etwas spät ist es für absolute Leistung, aber ich geb mein allerbestes. Wir brauchen absolute Leistung, weil wir auf gar keinen Fall gegen das Sofa da hinten verlieren wollen. Was geht denn da hinten ab euch, ihr Penners? Wir haben uns ein bisschen farblich angezogen im Rahmen unserer Charaktere. Ja, ich bin, wollen wir hier nochmal? Ploxo, Plombo? Plo, du bist... Ich bin der Rote. Du bist Redbisch und ich bin Bluebisch. Okay, cool. Okay, Redbisch und Bluebisch haben tatsächlich eigene Namen und zwar sind sie die... Blackbisch. Ich habe rote Schuhe, du hast eine blaue Mütze. Wir haben dasselbe gemacht. Yes, sehr gut. Das Meta-Ebenen-Gag. Pass auf, wir spielen heute folgendes Spiel. Shift Happens, ein deutsches Spiel. Clonk Games hat das gebastelt, schöne Grüße an der Stelle. Ich glaube, Sie gucken zu. Das heißt, wenn wir fluchen, es ist alles Schuld des Spiels. Auf jeden Fall. Es wird die richtigen Leute treffen. Was das genau ist, zeigen wir euch jetzt und danach erklären wir euch, wie die Regeln des heutigen Karts an den Couches aussehen. In Shift Happens steuert ihr die beiden frechen Gelee-Wesen Bismo und Plom durch die Gelee-Wesen-Fabrik, in der sie durch einen kleinen Produktionsfehler das Neonlicht ihrer Welt erblickt haben. Um die Freiheit zu erlangen, müssen die beiden witzigen Matschklumpen von ihren Morph-Skills Gebrauch machen und sich dabei verdammt gut absprechen. Denn während man als kleiner Matschmann enorm weit springen kann, durch kleine Lücken passt und allgemein fixer unterwegs ist, kann man als großer, gemächlicher Blob massivere Schalter betätigen, durch tiefere Gewässer warten und gemütlich aussehen. Also ab auf die Couch und macht euch bereit für eine wabbelige Jump'n'Run-Session durch die Rätselfabrik. Eine wabbelige Jump'n'Run-Session. Also ich finde immer noch Red Bitch und Blue Bitch echt auf jeden Fall eine sinnige Alternative. Als Bismo und Plom. Ja, sind auch nette Namen. Okay, wie wollen wir spielen? Wir sind jeweils im Koop-Modus, wir haben zwei unterschiedliche Geräte, wir werden gleich einen Countdown hier einblenden und dann werden wir zeitgleich das Spiel starten. Insgesamt gilt es, wer schafft es bis zum Ende dieser heutigen Couch-on-Couch-Live-Session am weitesten im Spiel voranzukommen, der gewinnt. Dann hat das Sofa gewonnen. Relativ simpel. Und die dürfen das Sofa mit nach Hause nehmen. Genau, Sonderregeln, habt ihr zugehört? Der Gewinner bekommt den Bootykopf? Nee. Ein Sofa. Das Sofa wäre geil eigentlich. Das wäre ein schönes Opa. Das wäre Couch-on-Couch, würde da noch mehr Sinn machen, wenn man danach eine Couch mit nach Hause nehmen kann. Das ist Simons Bett. Danke, Paul. Video, danke, Dave. Videos skippten wir, oder? Genau, folgende Regeln, Videos werden skippt, wir spielen nur die offiziellen Level, also keine Test-Chambers. Wir spielen nicht auf Sterne, das haben wir uns schon gedacht, sondern tatsächlich auf Progress. Das heißt, wir versuchen einfach so weit wie möglich zu kommen. Das bedeutet, alle anderen Cutsions werden weggemacht. Wir versuchen es heute mal auf unsere Speedrun-Art und Weise. Speedrun-Regeln, any percent wäre das eigentlich, so gesehen. Ja, genau. Egal wie, habt ihr durch. Genau, so machen wir das. Okay, seid ihr bereit, oder was? Dann springen wir schon mal in die Überkarte. Und da seht ihr auch schon unser, was wir bis dato schon gemacht haben. Oh Gott, wir tauschen. Also wieso? Den Blau und Rot. Ey, ihr habt schon... Nee, nee, die sind nur nach rechts gegangen. Ja, warte, warte, warte. Genau, da seht ihr, wie umfangreich das Spiel ist. Okay, genau, wir sind hier unten, das seht ihr entsprechend. Ich skript nochmal durch und einen Level haben wir schon mal geschafft, Ben. Ja, gerade so, aber mit zwei Sternen irgendwie, wie auch immer. Ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Geht das los, oder was? Seid ihr bereit? Countdown? Genau, also Countdown wird gleich kommen und zwar von der Regie abgesprochen. Oh, da hast du schon. Alter, ah! Okay, das müssen wir drücken. Beide A wahrscheinlich. Bei null, beide A drücken, ja? Ja. Eins und null. Boah, okay. Der Rechnersteller. Der Rechnersteller. Den Rechnersteller. Ihr drückt einfach immer nur Start oder so. Was passiert jetzt? Achso, B. Das geht jetzt mal. Oh nein, ihr habt ja noch gar die Schweine. Ihr habt nicht übersprungen. Ah, scheiß was. Okay, ich hol das Ding. Okay, ich bin Blau. Achso, stimmt, wir machen noch Probleme. Ja, genau. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Okay, schnell. Ja, genau. Hier muss ein Pad werden. Okay, schnell, weiter, weiter, weiter. Alles klar. Ich geh runter. I'm blue, shabidi, shabidu. Hol du die? Ah, nee, ich hol die. Ah, nee, wir wollen ja durch. Ja, einfach durch. Give it a go. Du musst da runter. Mir fehlt so ein Dash-Button irgendwie. Genau, du musst sie. Ähm, nee, 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 ich muss wo. Groß, 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 nein, groß, genau, durch. Alter, geh rüber. Ach, fuck. Ich mach rüber, ich geh rüber. Ich muss wieder dieses Scheiß, ähm, das Kreuz nehmen. Ja, sorry. Oh, 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 oh. Steuerkreuzproblem. Mach dich groß, mach dich groß. Groß, ja. Warum? Weil ich sehr hälbiger bin, ne? Nee, du musst ja groß sein. Das ist ja die Silhouette. Okay, komm rüber. Okay, das ist ja... Wollen wir nicht. Okay, einfach durch die Tür, einfach durch die Tür. Ach ja, okay. Oh nein! Ja, ja, wir sind vorne, man! Yes! Alles klar, weiter. Überspringen, überspringen! Okay, wir werden dem Spiel auf jeden Fall nicht gereckt. Auf 1 und 2, direkt weiter. Oh, scheiße. Das Spiel könnt ihr euch übrigens für 15 Euro aktuell bei Steam runterladen. Hoch, groß, groß, groß. Das ist eigentlich auch schon am Start. Ah, jetzt hab ich mich auch klein gemacht. Okay, los. Soll ich dich werfen? Nee, ich muss dich werfen, Alter. Ach so, wie kommst du denn dann durch? Shit! Ich weiß nicht. 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 Wie war das denn dann hier? Nee, du kommst doch mal keiner rüber eigentlich. Ach Mann, ey. Ach Gott, ich will... Lassen wir weg? Ja, ja. Come on! Rüber, 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 rüber! Einfach weiter, weiter, weiter! Sehr gut. Brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles nicht! Doch, ist ein Schalter? Ah ne, doch den Schalter überhaupt. Den brauchen wir. Dann geh noch hoch. Ja, ich hab keine. Fuck! Nein! Okay, noch mal, mach noch mal. Okay, hab! Okay, rüber. Weiß nicht genau, wofür wir das brauchten, aber ich glaub, wir brauchten das, ne? Keine Ahnung. Willst du mich rüber schicken? Ja, rüber. Du musst ja noch feilen, 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 feilen. Okay. Ich glaub, da muss der Strom weg. Ja genau. Okay. Lauf, 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 lauf. Okay, alles klar. Wir fangen an. Okay, drei, zwei, eins. Nex. Okay, geil. Problem. Jawoll. Nice. Fuck. Am besten, wenn wir nur rennen. Mach mega gleich auf, ey. Das ist scheiße. Ja, ey. B, 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 B. Du machst Menü, okay? Nex. Nein, was machst du da? Nochmal. Du machst Menü, okay. Sehr gut, das ist eine Katze. Du bist unser Menü-Mann. Weiter geht's. Okay, vielleicht hätte ich da oben rüberspringen können. Du musst da durchlaufen, oder? Nee. Ach so, warte mal, ich muss hoch, warte mal. Hier, so. Können wir da einfach durch? Ach ja, ich geh mal runter. Okay, dann haben wir beide, okay. Okay, ich muss voll. Nein! Du musst fett sein, Mann! Ja, warum war ich denn nicht fett? Du musst fett sein, Mann! Scheiße, du musst ihn mit drauf, du musst ihn mit drauf. Echt? Muss ich? Kannst du nicht regenerieren? Irgendwie nicht. Was ist da los? Ach, haben wir nicht unendlich Leben oder sowas? Kann das sein? Guck mal, wenn ich jetzt den Trigger, dann... Also, wenn du triggerst, dann werd ich auch... Oh fuck! Jetzt hab ich den Fehler gemacht. Im Moment kann nur einer groß und einer klein sein. Ist das wahr? Ja. Okay. R2 drücken. R2 drücken. R2? R2! Ah, okay. Nein, mach... Oh nein! Der wieder klein ist! Scheiße! Scheiße! Okay, mach dich groß! Nein! Es kann nicht gewerten! Es kann nur einer groß sein! Oh shit, es kann nur einer! Okay, dann geh rüber! Geh rüber! Geh rüber! Okay, jetzt mach dich wieder klein! Okay! Oh Gott! Warum denn das? Das hat viel so lange gedauert, als wir es gepeilt haben! Ah, okay! Hier kann nur einer von uns groß sein! Oh! Brauchen wir das? Da ist ein Schalter! Ja, wir brauchen das! Wahrscheinlich brauchen wir einen Schalter! Nee, okay! Geh mal weiter! Ja! Ich komm zu dir! Okay! Wir müssen da hoch! Wir müssen da hoch! Kannst du mich werfen? Moment! Ich kann doch irgendwie werfen! Wir müssen da hoch! Brauchen wir einen Moment noch nicht! Du musst mitkommen! Du musst hier rüber! Ja, ja! Fuck! Wir sind schon rüber! Okay, wir müssen doch diese 1.03 Level machen! Anscheinend geht es sonst nicht weiter! Achso! Komm, komm, komm! Oder? Müssen wir den Chor finden oder was? Irgendwas, wo wir den Chor finden? Ich komm nicht in 1.04 rüber! Achso, nee! Du bist jetzt in 1.03 A gegangen, ne? Bin ich? Ich glaub schon, ja! Ah, okay! Dann muss man die... Okay, großer geht drauf! Du musst rüber! Geht rüber! Nee, das ist Zimeschild! Ich bin die falsche... Jetzt musst du dich gucken! Nein! Okay, okay, Menü! Okay, groß rüber! Level Ausfall! Jetzt komm! Klein geht auch rüber! Guck mal! Echt? Müssen wir! Wohl! Oder müssen wir diese Cross machen? Wir gucken mal, ob es jetzt danach weitergeht! Wisst ihr, was erklärt dann wahrscheinlich einfach nur, oder? Ja! Ja! Achso, vielleicht kann man doch gleich überspringen drücken! Wenn man da vorne steht, dann springt man gleich aus! Okay! 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 Nein! 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 Warte mal! Ich muss hier oben drauf! Achso! Ach Gott! Das ist geblieben, ja tatsächlich! Hier runter? Was ist das? Nee! Nee, brauchen wir nicht! Kannst du mich werfen? Ja! Jetzt muss man das große Ding mal reinziehen! Ah, okay! Ich muss jetzt wieder hoch! Genau! Warte! Warte! Nein! Wie dumm! Du musst Ehrdrücken! Ah, okay! Okay! Jetzt kriegen wir's hin! Ich zieh's einfach! Oh nein! Ich zieh's nicht! Dann komm ich da nie wieder raus! So! Okay! Alles klar! Nice! Sehr gut! Hä? Müssen wir's wahrscheinlich zusammen machen, oder? Wahrscheinlich nur als Ferti? Ja! Zieh'n! Zieh'n! Okay! Haben wir ne Kiste? Äh, holst mir die Kiste! Ach! Ach so! Okay! Hä? Ich bin draufgegangen! Also bin klein geworden! Wir müssen die Kiste da erhoben! Ja! Also machst du dich, ähm, klein? Also du musst klein hüpfen! Und dann ziehen! Und klein schieben! Okay! Aber da geht's nicht weiter! Oder was? Nee, kann nicht! Hol du mal! Und ziehen! Ja! Was? Nee, du musst vielleicht da oben draufstehen! Ah, wird das aber... Nein! Nicht wechseln! Wenn ich da bin! Jetzt bin ich schon wieder, ähm, schnell auf den Deckel gekriegt! Okay, jetzt! Mach dich klein! Yes! Okay! Und die Kiste! Die da! Oder? Die machen mich groß! Okay! Okay! Hä? Dann kriegen wir den! Ja, irgendein Hebel! Achso! Ich muss an dir vorbei! Ich werde den Hebel benutzen! Und du... Und ich schieb dann durch! Du nimmst die Kiste! Genau! Okay! Okay! Haps! Du musst jetzt... Ah! Du kannst einfach durch! Okay! Und drauf! Genau! Das Ding... Links! Links, links! Muss ich den... Achso, okay! Muss ich den Schalter da aktivieren! Okay! Fuck! Warte! Ich mach das! Jo! Okay! Wirlas los? Ja! Müsse wahrscheinlich zum dataseten, oder? Yes! Okay! Alles klar! Ja, mal gucken, also mal schauen, ob wir diese Testschirms wirklich fahren müssen, ne? Kisten sind Knorkel, 104 steht da jetzt. Das war das Level gerade, ne? Mhm. Ach, tatsächlich? Ich glaube, wir müssen die machen. Ja, wir müssen die machen, ja, okay. Dann sind das echt nur Features, die sie uns beibringen, tatsächlich. Werfen, okay. Ah, okay, zweimal drücken. Super, kriegen wir hin. Ja, kriegen wir hin. Achso, ablegen geht auch, ne? Abstellen, das sagen die wahrscheinlich gerade. Achso, okay, ne, doch nicht. Nach unten gedrückt haben sozusagen. Also nah rangehen? Ja, ja. Ich habe nur was mit dem DigiPad gemacht und ich glaube, damit ging das gerade nicht. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. Das geht auch mit dem DigiPad. Okay, ich habe es... Ich raff es nicht. Oho, scheiße. Mann, ey. Hammer. Okay. Wo seid ihr? Ganz weit. Sehr gut. Shit. Shit. Auch nach oben werfen. Kannst du mich wiederbeleben? Ah, okay. Ah, okay. Okay. Uwe. Okay, durch die Tür. Okay, durch die Tür. Okay. Okay. Ich weiß echt nicht, wo ihr seht. Warte B, 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 B. Ja. Das ist schon mal eine grüne Krütze oder so. 1,04. Okay. 1,04 ist das nächste, ne? 1,04 irgendwas, ja. Ich weiß nicht. Du machst Menü. Okay. Das müsstest du packen. Boah. Yeah. Ups. Nee. Erster oben rauf und den anderen holen. Ja. Musst du davon? Ja. Er muss mich werfen, glaube ich. Werfen? Ah, okay. Sehr gut. Problem. Warte. Ach so, ich muss jetzt. Oh nein. Huhuhu. Oder nach oben werfen jetzt? Achso, du musst mich jetzt nach oben werfen an den Schalter, wenn wir uns da drauf stellen. Echt? Ich glaube schon. Komm, wir stellen uns beide drauf. Genau. Alter. Jetzt ist schon ziemlich brainy. Ja voll, ey. Das ist noch nicht mal, ey. Wir sind am Anfang. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Ja, du wirst mich wieder. Da oben drauf. Aber nach oben musst du mich werfen beim Springen. Achso, wir müssen erst das Ding hier. Ja, okay. Ah, da erst gegen. Genau, dann. Achso. Oh, ich hab nicht aufgefasst. Ah, okay. Alles klar. Ja, okay. Yes. Und dann das Ding runter, glaube ich. Nee, musst du es runter oder nicht? Zieh es mal da durch. Was passiert, wenn du es auf die Plattform tust? Nee, kommt nicht durch. Naja, dann musst du es auf jeden Fall runter. Dann muss ich es jetzt dagegen werfen. Ja. Achso. Jawoll. Genau. No problemo. Hier gibt es doch irgendwas. Ja, siehst du. Sehr gut. Okay. Jetzt wieder mit Werfen. Ja. Müsste ich werfen. Ja. Werfen sie mich. Ich versuche. Ja. Booty Mann. Bin glipschig. Ja. Jetzt kannst du den Stein hochwerfen. Oh nein. Oh nein. Das war's erstmal. Ja. Oder geh du mal rüber da? Ich kann den ja nicht da durchwerfen, oder? Ja. Ich versuche es nochmal. Oh, okay. Du darfst nur nicht klein den auf den Kopf kriegen. Ah, warte mal. Warte mal. Jetzt. Jetzt. Ah, okay. Stimmt. Vollkommen dumm. Dann musst du den Hebel machen. Ah, ja. Das ist noch schlauer. Okay. Superschlau, ey. Superschlau. Jetzt wieder Werf-Action. Geronimo! Oh, komm. Komm, lass mich nicht retten. Du kannst umstechen. Säure. Oh, ich bin tot. Oh je. Okay, shit. Ach, quatsch. Fuck, ey. Ich glaube, ich komme noch rüber. Ich vergesse es gerade. Eins, zwei. Nein! Hau ab! Zwei. Sehr gut. Sehr gut hoch. Sehr gut, Sergei. Geil. Nimm mich. Nimm mich! Nee, ich darf. Ich höre gerade wie der Teenage-Steam ist. Passt dazu. Okay. Komm, 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 komm. Ach so. Du sagst vielleicht, du bist noch klein. Das ist ein Zeit-Rätsel jetzt. Oh nein, wirf mich dagegen. Wirf mich dagegen. Ach so, wir müssen gleichzeitig mit dem Ding da durch. Okay, ein bisschen weit. Eins, zwei. Kann man nur umdurch, Ding? Ja, ne? Ja, okay. Bist du bereit? Okay. Ich weiß noch nicht so richtig, was wir machen. Aber ja. Ich rufe durch Isro, warte. Ach so, genau. Und jetzt findest du durch. Oh nein, na egal. So, perfekt. Ich glaub, wir können durch. Oder mussten wir den Core haben, um nichts Level zu bringen. Nee, glaub ich nicht. Ey, ich glaub wir sind viel schneller als ihr im Moment, ne? Ja. Ich glaub, die Core sind immer nur extra Punkte. Meins echt. Ja, ich glaub schon. Hast du's auf, Booty? Warte mal, ich passiert uns. Warte mal. Du bist so schlecht. Du bist so schlecht hier. Okay. Alter, nee, warte. Okay. Wunderbar. 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 Fangen sie. Nein! Sie kommt ja nicht. Ach so, muss man so. Ach so, man braucht mehrere, okay. Die Große. Ja, natürlich. Boah. Das dauert viel zu lang. Nee, das passt, glaub ich. Jetzt hoch. Kannst du mich mit der Kiste hochwerfen? Ach so, ich nehm die Kiste und du setzt dich drauf. Das geht nicht, das geht nicht, das macht keinen Sinn. Wer holt dann die Kiste? Stimmt. Warte mal, erst mal. Okay, wirf mich mal hoch. Nee, nach oben. Warte mal, ich drück mal hier drauf, was dann passiert. Ach so, das ist doch nur, damit ich die Kiste durch kann. Ah! Oh, das war schon fast. Ich muss auf der anderen Seite stehen. Dann kann ich einfach durchpowern mit. Schubst einfach. Ja. Hopp, hopp. Nice. Noch mal hochwerfen. Ah, ich muss auf die andere Seite. Mach ich mich groß und zieh das Ding ein Stück. Werfen, werfen, nein! Okay, okay, okay. Ah. Okay, mach mich klein. Nein! Ach so, ja klar. Warum? Mach, drück! Boah! Alter, okay. Einfach durch? Nein! Shit, wir können nicht einfach durch die Tür, oder? Doch. Doch! Nice! Shit, wo ist denn für Suppe sind die denn angekommen? Ich weiß nicht, welche Suppe die sind. Fuck! B, B, B! Skip, skip, skip! Okay, warte, Levelauswahl, ganz ruhig. Du machst? Ja. 1, 2. 1, 2. Ah, Gott ey. Wirklich? Fangt sie? Fang? Ah, okay. Einfach, wenn sie da ist, fangen. Okay. Hab's. Oh, 2. Okay. Äh, ach so, 3 Stück. Hab's. Oh man! Dude! Alter! Fang! Ja! Wann muss ich denn? Ey Junge! Jetzt! Nein! Nein! Ah! Oh Gott! B, 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 B! Ja, ich mach doch! Okay, lauf, 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 lauf. Fuck. Wirf mich rüber, Mann. Ja, Mann. Bringt nix, weil ich... Fang mich, fang mich, fang mich. Hab dich. Nein, nicht so weit! Na gut. Ich muss dich nämlich auch noch holen, weißt du? Hopp. Hopp. Ja, was? Fang doch den... Jetzt! Ja. Jetzt! Alter, Alter! Willst du mich verarschen, Mann? Alter, bleib da doch! Ich war... Nein! Ach so, doch. Es springt! Ja, sehr gut. Go! Ja! Nein! Alter! Scheiße! Oh Gott! Alter! Ey, ich brauch nur einen Andi! Die ganze... Alter, ey! Oh Gott! Rüber mit dir! Zehn kurz runter, ihr habt einen Nachfrasch. Zehn kurz runter, Stopp! Pause in fünf, vier, drei, zwei, zwei, eins, vier, drei, zwei, eins, vier, drei, zwei, eins, vier, drei, oh! Was? Pause. Also rot leuchtig ist meist Pause. Ja, wenn alles rot leuchtig ist, ist Pause. Wir müssen jetzt schon in die Werbung gehen. Äh, Fazit... Ihr seid auch schon in 106, oder was? 106, 106, ja. Sind wir 106, ja. Sind die aufgeholt? Ich glaub, das ist das, was wir gerade durch haben. Genau genommen haben wir ein bisschen Vorsprung. Ja. Ein bisschen, aber nur eng. Das ist so viel, aber viel. Soweit ich fangen kann. Soweit ich fangen kann, ey! Also, Cuff on Couch, heute, Shift happens. Bleibt einfach dran, ich glaub, das wird sehr lustig. Bis gleich. Was? Das ist so, ja. Das ist so, ja. Ich glaub, das ist so, ja. Alles ist so, ja. Oh, ja! So, ja. Jetzt willkommen zurück zu Couch on Couch, heute mit SHIFT HAPPENS. Die Epic Flute geht immer, ne? Beste Idee ever, die wir je hatten in der Pause. Kurzer Status Pro, oder nochmal ne kurze Erklärung, was hier passiert. Couch V.A. spielt heute gegen Couch Doppel B. Wir spielen das Spiel SHIFT HAPPENS von CLOCK GAMES aus München. Gebaut, erfolgreich in die Welt getragen. Macht jetzt schon sehr viel Spaß und es wird jetzt schon zu viel Gehirn gefordert für unsere Verhältnisse. Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich glaub, das wird uns noch richtig bumsen. Wir haben zeitgleich gestartet, immer kurz vor den Werbepausen beenden wir oder gehen wir zeitgleich in die Pause. Wo genau seid ihr? Könnt ihr das, bevor wir wieder starten? 106 Räuberleiter. 106 Räuberleiter und wir sind beim Ende der 106 Räuberleiter. Das heißt, wir sind ungefähr ein Level voraus. Und der Zeit nach ungefähr eine Minute. Manowol, die Minute. Ne, wir haben auch die Minute. Ja, ich glaub, das ist einfach nur für die Sterne. Ja, die Sterne stimmt. Okay, ich erzähle Unsinn. Okay, dann wollen wir weiterlegen, oder was? Countdown? Würde ich sagen, 10er Countdown geht weiter. Feedback gerne rein, Hashtag rbtv, Couch on Couch. Oh Gott. Los, 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 los. Raus, raus, raus. Wo bist du? Genau, wir überspringen alle Patrisis übrigens, falls ihr neu dabei seid. Wir müssen mal gucken, wie die Dinger heißen. Es gibt manchmal vielleicht schon einen Hinweis und dadurch einen Vorteil. Räuberleiter zum Beispiel erklärt auch, wie es ist. Da muss ich mich oben draufwerfen. Sehr gut, ey. Okay. Okay, du musst das Ding werfen. Ich glaub, da hinten ist noch ein Ding, wo diese Plattform untergeht. War das echt? Oder was ist das? Da muss man auch mal reinwerfen. Ich glaub, du musst das Ding hier tatsächlich nehmen. Warte mal. So, und dann musst du das dagegen werfen. Mach den mal groß. Und jetzt werfen. Genau. Ah, ist klar. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, alles cool. Okay, alles cool. Nein. Oh. Uh. Nimm mal mit. Kann ich nicht. Okay, geht nicht. Ist klar. Nee, geht nicht. Schade. Okay. Ich werfe dich hoch. Genau. Rüber, genau. Kommst du da? Ja. Cool. Ja. 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 Come on. Nichts für Lazy-Dudes. Nee, überhaupt nicht. Nee. Jetzt musst du mich dagegen werfen. Nee, jetzt muss ich hier unten. Nee. Nee, musst du mich. Oder ich werfe dich dagegen. Ja, genau. Ja, sehr gut. Brauchen wir nicht da rum. Nö, du. Punkte für Amateure. Genau. Punkte brauchen wir alle nicht. So, wir wiffen mal links. Ah, nee, das ist ja nur der Korre. Den brauchen wir auch nicht. Äh, stopp. Ah, cool. Guck mal, hier ist jetzt so, dass dahinter sind diese Plattformen. Ja, ja, komm, dann, dann, ja, okay, dann werfe ich die hinten hoch. Guck mal hier runter. Oh. Okay. Okay. Bam. Nee, passiert nicht. Ich fange. Ja, sehr gut. Nach oben. Nein, shit. Okay. Ich glaube, was müssen wir mit diesen Plattformen noch machen. Okay. Okay. Ah. 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 Und jetzt, ach so, da müssen wir uns fangen und dann trotzdem werfen. Die jetzt? Nee, oder? Doch, ich glaube schon. Also, ich, warte mal, lass mal laufen. Warte, 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 ich nehme dich. Ah, shit. Ah, fast, ey. Kacke, ja. Krass. Super. Du musst. Okay, warte, ich hole dich. Ja. Spring auf das andere. Ah, nee, ah, warte mal, ich muss hoch springen. Weißt du, was ich meine? Also, ah, okay, nochmal. Ach so, okay, ja, ja. Also, jetzt geh hoch, wenn, sobald du dick bist, spring ich, nee, geh ganz hoch, ganz nach oben. Ja. Und wenn mir Platz, jetzt mach dich dick und ich spring hoch. Okay, drei, zwei, eins. Ah, fast, okay. Ist das, ist das Zeitverschwendung hier, was wir machen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, aber wir machen es jetzt. Ja, jetzt machen wir es jetzt. Okay. Ach ja, na, sorry, sorry, sorry. Okay, ich muss die nur noch vorne werfen, dann klappt das. Yes, okay, sehr gut. Knapp, aber. Passt. Okay. Du musst mich wieder hochwerfen. Nee, du musst, glaub ich, oben rüber hüpfen. Kann ich nicht, oder? Ah, okay. Genau, du musst mich hochwerfen, da. Ja. So, und dann muss ich da runter. Kann man nochmal tauschen? Jetzt kannst du, nee, wie, ich muss nach unten, unter die Plattform. Ah, ja, tatsächlich, ey. Alter, Ben. Oh nein, wir hatten das nicht gebraucht. Nee, hätten wir nicht, ne? Ja, lauf mal rüber. Ja, jetzt ist zu spät. Oh, du bist, oh nein, ich hab gedrückt. Okay, nein. Knobelknüppel, ey. Yes, sehr gut. Bäm. Hä? Bleib höher, oder so. Nee, muss springen. Die Bälle zeigen uns auch an, weil dann kriegen wir schon die Anfänger-Tutorials, ey. Ach so, dann muss ich mich groß machen. Ah. Geil. Nice. Okay. Okay. Äh, erst mal rechts hoch. Nee, bringt nichts, ich muss da so rüberkommen. Okay. Okay. Kommst du so rauf, ja, ne? Oh, was geht, Ben? Kein Problem. Easy. Was ist da los bei euch? Fängt euch an. Hier. Oh, ja, entschuldige. Ruf mich gegen. Ja, mach, ja. Oh Gott. Der hakt einfach voll auf, ne? Voll zittrig, ey. Was, eins? Was war das? Okay, ruf mich hoch. Ruf mich hoch. Ja. Ah. Komm her. Ah. Okay. Komm her. Und jetzt? Da ist ein Ding im Weg. Okay, einer muss da unten rein wahrscheinlich. Ich wirf mich nochmal hoch. So, jetzt lässt das Ding runter, und ich geh hier unten lang und mach das Ding auf. Okay. Okay. Können wir durchrennen? Können wir durchrennen? Warte werfen. Ach so, gegenwerfen. Ey. Computer sagt nein. Nee. Doch. Ach so, ich muss groß werden. Okay. Ah, okay. Geil. Du bist groß. Du musst mich irgendwo hinwerfen. Läuf dich hoch? Ja. Ja. Nein, da ist ein Vorsprung. Ah, ich seh schon. Hopp. Okay. Jetzt muss ich klein und rüberspringen. Ja, genau. Komm, schneller. Kleiner Hüpfer. Fack mich. Ah, nein. Scheiße. Nee, 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 nee. Ja, ja. Spring mal. Spring mal, spring mal, spring mal, spring mal. Nein. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist normal. Ganz in Ruhe. Ja. Okay. Kann ich einfach immer ein bisschen höher hüpfen? Ja, guck mal. Und jetzt fängst du mich gleich trotzdem noch, okay? Okay. Nee, brauchst du nicht. Gut. B, B, B. Ja. Nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen. Ja, die sagen aber sowas wie Gottlike. Und dann fühle ich mich angesprochen. Das ist Jesus, Mann. That's why. Okay. Run. Okay, muss ich klein. Ach so. Du musst noch durch. Wirf mich. Ja. Ich war, ja. Ach. Hoch. Ja. Okay. Ah, okay. Das ist ein Trampolin. Ach. Wurre, wurre, wurre. Ja. Schalter. Wird umgelegt. Und hoch. Oh. Erste Cheven schon bekommen. Okay, das Labor ist durch bei uns. Seid ihr noch im Labor, Jungs, oder? Auf geht's zu, äh, zwei. Zum Wald. Auf geht's. Oh, irgendwie haben wir. Hart, hart. Ne, okay. Oh, okay. Alter, neuer Skin draufgezogen. Auf den Onkel. Okay, Dornen schlecht. Okay, Dornen schlecht, ja. Ups. Ups. Okay, ne, du musst, glaub ich. Geh mal hier durch. Das ist zu tief. Ne, alter Ben, das geht. Ich kaufe das mit dem Herzen nicht. Warte, stopp. Nein. Das Tier ist cool. Ich muss mir nur jetzt da hochkommen. Das muss ich hier im Sprung wahrscheinlich machen. So. Wow. Okay, dann komm ich nach. Alles klar. Und hier ist es so, dass ich dich nehmen muss. Ja, und da oben. Du musst wieder zurück, genau. Muss ich tragen? Und hoch? Ne, ne, du musst mich da hochwerfen. Bist du sicher? Ja, du, zwar nicht in die Dornen, also einfach nach oben werfen. Aha. Aber ich dachte, ich müsste ich... Und dann muss ich mich da dick machen und dann kannst du da runter. Das auch. Oder so. Das geht sogar klein schon. Okay. Okay, so und... Huch. Oder beeil dich einfach. Versuch ich mal. Achso. Alles klar. Yeah. Oh, Vorsicht. Okay, ja. Oben rüber. 1, 2, 1. Ich bin durch. Sehr gut. Warte. Jetzt genau. Wieder werfen und dick machen. Und dick machen. Nice, Ben. Oh, oh. Freeze. Wertvolle Sekunden. Wollen wir das lustige Ding da mitnehmen? Das sieht nicht aus. Na gut. Oh, ich vollhorst. Ey. Das passt hin. Du bist ja da. Sweet. Speed. Ja, Mann. Klar. Okay. Mach das hier. Ich kichere einfach nur vor uns hin. Ja. Ja. Nach rechts und komm dann da rüber. Verstehst du? Und ich mach mich dick. Ja, mach die weg. Ich muss mich fett machen. Ich hab's vergessen. Wow. Okay, nochmal. Warte mal. Ich muss von, genau. Du musst von klein, groß. Aber wenn du wechselst, dann wechsle ich ja auch schon automatisch. Genau. Oh. Start gedrückt. Ich kam nicht mehr rechtzeitig rüber. Und los. Ich glaub, du hättest mich noch. Ah. Ah, hin und her. Okay. Wir müssen wechseln. Ja. Komm. Wir wechseln. Genau. Rüber. Und jetzt. Noch einmal. Ja. Und schalter. Komm. Geh rauf. Jo. Ah, die sind schlimm. Mach. Ach so. Fang mich. Nehm mich. Gerne du. Nein. Fuck. Oh. Okay. Hab dich. Okay. Ja. Ja. Schnell rüber. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir verlassen das Labor jetzt auch. Ja. Falls es euch interessiert. Was? Ist ja immer noch was im Labor? Ne. Ah. Okay, überspring, überspring. Ne. Ne. Ich komm mal da rüber. Ne. Genau so wärs nämlich cool. Das würde... Oh oh. Okay, ich komm mal rüber. Lass mal versuchen so. So. Und jetzt kannst du dich klein machen und ich nimm dich dann im Flug. Sicher? Ja. Sehr sicher. Was? Yes. Und jetzt musst du mich wiederum fangen. Kein Problem. Ist das krass ey. First Try, sag ich. Team First Try. Team First Try. Nein, 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 nein. Die sind aber auch schon im Wald jetzt. Wo seid ihr? Zwei zwei oder zwei eins? Zwei eins. Drei. Risiko. Drei eins. Risiko. Kann ich mich hier fett machen eigentlich und da unten hinten? Ich glaub das reicht nicht. Ich glaub wir werfen uns erstmal. Okay. Und dann schauen wir weiter. Ne, schaffst du das? Ich glaub nicht, ne? Achso, warte. Wenn ich von hier jetzt komme, doch. Ja, okay. Huuu. Alter. Okay. Ich lef die rüber da. Genau. Und ich mache das fettige? Oh ja. Nice. Ups, okay. Boah, sind wir beide tot? Nein! Boah! Holy Moses! Holy Moses! Okay, wie war das? Rüberwerfen, ne? Und dann komm ich an und du fängst mich. Das ist dirty dancing ist das hier. Okay, so. Mit Prost. Du hüpf einfach rüber. Ja. Ich hüpfe einfach rüber. Und dann hüpfen wir beide einfach rüber. Kann ich die Fahrt gerade machen? Hm, gute Idee. Ups. Nach oben geworfen. Schläge. Ja, du bist dick gemacht. Ja. Sehr gut, Alter. Muss man beide ziehen, glaube ich? Ne, müssen wir nicht. Kann ich hier schon mal was fangen? Oh ne, das sollten wir bisher nicht fangen. Entschuldige. Ich glaube, das ist einfach erstmal wieder werfen. Ja, werfen und annehmen. Oh, du tanzt ja mit dem Feuer. Ja, klar ey! Geh durch. Da muss ich mich hochwerfen. Ah, okay. Ich muss auch hochkommen. Ja, okay. Ja, da oben hochkommen. Ja, da oben hochkommen. Sweet. Okay. Müssen beide da hoch. Kannst du groß auf die kleinen und dann schnell rüberhüpfen? Ah, okay. Aber theoretisch geht's so. Glaub ich. Vom Timing her, oder was? Ja. Ja. Okay. Hüpfe ich mir hoch? So. Und jetzt gehst du, glaube ich, auf die Plattform unten und dann hüpfst schnell hoch. Bis es reicht. Ich fang nicht. Okay, ich copy doch, oder? Warte, nee, nee, nee. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Oh, okay. Ja, jetzt andersrum. Ja. Okay, das wird. Das wird noch nicht. Warte, 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 warte. Nee, ganz easy. Doch, doch, doch. Nee, hier, hier. Und komm da hinten hin. Aber so geht's auch. Kannst du mich fangen? Ja? Ja. Ja, geil, ey. Hallo, Robin. Moin, Leute. Ja, Paul hat alles gesagt. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt, fragt sie. Ach so. Macht es. Was hast du jetzt vor? Jetzt klappt es, warte. Wie? 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 Ich weiß es auch noch nicht. Ben, was machst du? Ich habe nichts außer Willen. Ich habe nichts außer Willen. Jetzt, jetzt. Das ist alles broken. Ja, genau. Das ist das Spiel kaputt gemacht. Warte mal. Oh nein, ich komm mich auch nicht mehr hoch. Mein Gehirn. Oh nein, ich hab dich getötet. So, jetzt mal einmal. Wir müssen mal nachdenken. Scheiße, unser schöner Vorsprung. Groß machen. Kannst du mich annehmen jetzt? Hier kann ich dich annehmen, ja. Okay. Nein! Oh nein, Alter. Das ist scheiße. Oh Gott. Und wieder zurück. Okay. Warte, Warte. Okay, warte. Super. Ja, cool, dass die Klonk Games Frauen und Männer hier im Chat am Start sind. Wenn ihr Fragen zum Spiel habt oder wie man den FFF überzeugt, ein Videospiel zu finanzieren, dann stellt eure Fragen an die guten Leute. Okay, komm hier links rüber. Jetzt geht's. Doch, du hattest recht. Du hast nicht das Spiel kaputt gemacht. So, jetzt kannst du mich annehmen. Genau. Okay. Nein! Okay. Fang mich. Ja, du hast doch unser Vorsprung. Soll ich nochmal springen? Ja. Und go. Ey, da unten ist ein Geheimweg. Ja, wir wollen den nicht. Ja, ist recht. Ich weiß nicht, wie weit ihr hier sind. Wie weit seid ihr? Immer noch im Wald. Komm, komm, komm. Sag mal, welches Level. 2, 0, 5. Ich weiß es nicht mehr. Du kannst auf die zweite springen und dann kann ich dich fangen. Schummelt. Garantiert nicht 2, 0, 5. Yeah! Jiffu! Wir sind gerade fertig mit, wo steht es? 2, 0, 3. 2, 0, 3. Wir sind immer genau ein Level weiter. Doch, okay. 2, 0, 4 sind wir jetzt. Okay. Wollen wir darüber? Darüber. Darüber? Aber warum? Keine Ahnung. Und jetzt? Jetzt komm rüber. Ach so, da ist die Kiste. Komm rüber. Du musst gleich erstes Ding da hinschieben oder sowas. Das ist eh nur ein Special, ne? Nee, brauchen wir nicht. Kommen wir von da weiter, wenn ich dich schmeiße? Schmeißen? Probier's aus. Im Sprung. Nein, oh shit. Im Sprung natürlich. Guck mal, da ist auch noch irgendwas. Ja. Kannst du hier, hier Ansprung holen und da rüber? Ja, ja, ja. Mach dich klein. Ja, fang mich! Oh, nice! Okay, ich werf dich rüber, ne? Ich mach mich dick. Ja. Du kannst dich dick, das ist ja kein Problem. Ja, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das tatsächlich so alles schaffen würde. Ach so. Da kommen wir einfach rüber, oder? Ja. Okay, nacheinander. Nicht, dass uns diese Plattform absaufen. Okay, da musste ich dick werden beim... Ja, ich war zu spät. Ja. Ja, ich war zu spät. Brauchen wir das? Ja, brauchen wir das. 1, 2, 1. Nein! Egal. Nee, nicht egal. Doch, ich glaube... Ich hätte hier wieder rumlaufen müssen, das hätte länger gedauert als das hier. Alles klar. Drei, zwei, eins, okay. Shit, shit, shit. Shit, shit. Ich geh drauf. Fuck it. Wir sind gestorben. Drei, zwei, eins. Krass, das ist Supersinn. Krass, das sind echt krass dumm. Mega dumm. Nee, ich muss oben rum. Das sind Laserstrahlen. Ja, fiese Laserstrahlen. Excusez-moi. Pas d'problem. Ähm... Da, bitte sehr. Oh, merci beaucoup. Da, bitte sehr. Okay, warte, ich hüpfe hier rüber. Ich mach den smarten Ruf. So. War das jetzt... Das war smart. Jetzt kommen wir nämlich überhaupt nicht rüber. Von hinten nicht. Nee, du musst Digge sein. Ich geh nochmal auf die Plattform. Ja, aber da kommt ja das Ding, weißt du. Was für ein Ding denn? Ach, das Laser-Ding. Das Laser-Gedöns. Ja, warte, dann muss ich... Ah, warte mal kurz. Nee. Ach so, du musst einfach rüberlaufen. Das war's schon. Das redest... Alter, Ben, ey. Wir fangen an zu komplex zu denken. Ja, ja. Voll Arsch. Oder wir hören auf überhaupt zu denken. Ja, komm. Wir werden eins mit diesem Spiel. Ich bin... Blue Bitch und du bist Red Gritsch. Plimbo und Plompo. Plimbo und Plompo. Plimbo und Plompo. Ja. Okay. Bitte sehr. Encore! Es muss doch gehen, ey. Es geht auf jeden Fall. Nur schlecht gesprungen, glaub ich. Gut. We good. Und das ist jetzt wieder Werfi-Zeit. Ja! Und Fangi-Zeit, ne? Fangi-Zeit! Sehr gut... Sweet! Ich werfe dich hoch, ja? Ja, werfen sie mich hoch! Bäh? Ich hüpfe unter durch. Ja. Ich glaube, du kannst auch einfach rüberlaufen. Lass' ein bisschen... Der muss weg. Ja, lass uns den mal wieder wegholen. Ja, den müssen wir zusammen machen. Der ist zu groß, ne? Oha. Okay. Ey! Ah, Mann. Nein. Wir sind wieder einen Tick weiter runter, ne? Das musst du mal kurz machen. Du musst das ein bisschen kleiner. Nicht zu... Aber jetzt bin ich ja wieder weg. Weißt du? Warte mal! Wenn wir... Ich hab eine Idee. Wir holen jetzt diese Kiste. Wir schieben die rüber? Genau. Und stellen die da drauf. Dann bleibt das Ding da. Guck mal. Jetzt haben wir sogar eine richtige Treppe fast. Oh Gott. Nein! Egal. Da kommen wir jetzt ja wieder hoch, oder nicht? Ja, aber... Ach ne. Du musst mich fangen, Mann. Du musst dann die ganze Zeit springen. Nicht werfen, Mann! Ja, ich wollte dich hochwerfen. Ich wollte dich hochwerfen. Es tut mir leid. Komm. Ja! Komm, Junge. Okay. Nice! Puh! Schieb, 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 Mann! Fuck! Danke. Er lebt mich wieder, Mann! Okay, komm! Push, 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 push! Okay. Warum? Warum? Why is I... Ist I... Du musst als Dicker da jetzt auf den und dann da rüber. Mhm. Okay, jetzt bin ich. Ja, mach ich. Ja, nice. Wieder ein Level weiter als wir, genau. B, B, B. Jo. Aber das hilft uns auch nichts. Ne, wir müssen das Ding wieder verschieben. Wir müssen das Ding wieder verschieben. In der Mitte, glaube ich. Wirklich. So. War das vorher hier, oder wie? Ne, das... Ja, komm, dann schieben wir es mal da rein. Shit. Okay, jetzt bringt es gar nichts. Zudem lassen wir auch die linke Seite tun. Ich glaube... Ich wüsste noch nicht, was es bringt, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ja, komm, wir probieren es aber aus. Ich komme jetzt aber hier nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr weg hier. Das ist scheiße. Oder wenn du von da springst vielleicht. Ha, ne, oder? Ja, Mann. Okay. Okay, dann. Ich weiß immer noch nicht, wie es weitergeht, aber... Warte, warte, warte. So? Ja. Ne, das... Das ist totaler Unsinn, glaube ich. Geh mal auf die andere jetzt. Ne, das bringt nichts. Ich glaube, wir müssen das Ding auf die zweite Plattform tun oder so. Ich weiß es nicht, Alter. Aber das kriegen wir nicht hin. Wir können ja nur das Ding schieben, wenn wir zu zweit sind. Komm mal runter. Wir bleiben beide auf dieser Seite und schieben es jetzt mal wieder in die Mitte erstmal. So. Und jetzt sind wir beide beieinander. Jetzt... Meiß mich mal hoch. Genau. So. Und jetzt... Komm mal hoch. So. Erstmal absetzen. So. Und jetzt... Ja, jetzt hab ich's. Pass auf. Ja? Spring auf die rechte Plattform klein. Ne, auf die rechte. Auf die rechte klein. So. Und jetzt nimmst du mich hier an, sozusagen. Ehhh... Ne. Not sure if not good. Ne. Das haut nicht hin. Fuck. Oder hatten wir die Lösung nicht grad schon? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, wir müssen... Ich bin so branded gerade. Oh nein, wir verlieren unseren Cosmos. Ne, komm, lass uns diesen Würfel mal auf die Plattform hier schieben. Ich weiß nicht so richtig, wie das geht. Auf die rechte. Auf die rechte Plattform, diesen Würfel. Geht das? Ne, geht nicht. Loser. Ey! Loser. Auf jetzt. Komm, komm. Werf mich nochmal hoch. Ja, würde sehr. Ähm. Okay. Mach du dich mal dick jetzt auf die andere. Und dann... Ja, würde sehr. Und dann... Versuch mal zu ziehen auf das Ding. Das war doch schon da drauf. Wir hatten das doch schon mal da drauf, Alter. Ne, wir hatten es da drunter. Doch, genau. Das war so. Wir hatten es ganz rangehoben. So, wie jetzt können wir mal ganz rüber. Dann bist du klein geworden. Unten durch. Und das macht dich groß. Und dann ziehen wir es da drauf. Alter, ja. Aber da waren wir schon. Das hatten wir sogar schon mal. Ja, das stimmt. Das hatten wir wirklich schon. Aber das muss so sein. Weil das hat sich smart angefühlt am Anfang. Ja, los, komm her. Komm her. Okay, das war nix. Okay. Lass uns mal versuchen, ob das nicht doch so klappt. In irgendeiner Form. Tut's nicht, ey. Alter. Okay. Ich werf dich, okay? Ja. Werf mich mal nach links. Okay. Pass auf. Das macht dich mal auch schon mal gemacht. Das hatten wir ja. Ich hatte gehofft, das ist so schön. Oh Gott, wenn wir den Chat wenigstens hier hätten, ey. Oh. Ne, dann würden uns jetzt die Entwickler los. Loser. Mann. Hör doch mal auf damit. Die sind auch Loser. Oh Gott, ey. Brain Ned. Mega. So, ich hab jetzt ne Idee. Kannst du alleine einfach ins Ziel gehen? Ne, ne? Ne, du die Idee, Mann. Geh ohne mich. Ey, wir sind... Ja komm, hier wieder in die Mitte. Dann mit dem Ding. In die Mitte. Erstmal wieder. Ich glaub, wir müssen das mit diesem treppigen Ansatz versuchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt mach ich mir nochmal dicke. So, ähm. Ah, warte mal. Ja, was? Warte. Natürlich, das Ding muss auf die linke Plattform. Pass auf. Komm nochmal runter. Wir schieben es ganz an den Rand ran. Und das gleiche, was wir mit der Kiste gemacht haben, das muss einfach... Bist du sicher? Ich glaube, ja. So. Und jetzt, pass auf. Jetzt kommen wir wieder von hier. Ich hopf mal schnell rüber. Jetzt, jetzt... Nee, nee, genau. Jetzt kannst du hier rüber schieben. Ja, okay. Müssen wir zu zweit machen? Ich kann nicht. Das Ding nicht ganz unten ist? So vielleicht? Ja. So. Und jetzt, pass auf. Oh, sind wir dumm. Ich glaub, ich weiß, was du meinst. Ja? Ich muss nur auf eine andere Seite irgendwie. Nee, warte, warte. Ich komme. Ich komme. Warte. Jawoll. Jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es doch. Pass auf. Jetzt hier hin. Ich werfe dich hoch und dann haben wir es. Hier können wir uns... Ja? Ja? Ich hoffe, das ist so. Du musst auf das andere Ding, glaub ich, dann. Und dann kannst... Oh Gott. Warte mal. So. Und dann kannst du mich hochwerfen. Ja, ja. Jawoll. Okay, meinst du... Easy. Easy-Rätsel, ey. Alter! Easy-Rätsel. What the fuck? Das waren acht Minuten meines Lebens. Ja, was ist jetzt? Ich hab... Was ist jetzt... Winner! Winner! Meinst du, die haben zugehört? Das ist natürlich der Nachteil, ne? Wenn wir vorne und oben... Ja, ja, ja. Die haben bestimmt noch die ganze Zeit geguckt. Scheiße. Nein, haben die nicht. Ja. Genau genommen, weil das geht jetzt auch nicht so krasser als die anderen. Yeah! Ah, ich... Kein Ding. Weep. Weep. Noch weiter da ran, dass wir von da schieben können. Okay. So, und jetzt gehen wir rüber und ziehen. Das ist mich? Ja. Okay. Können wir es jetzt ziehen? Auf. Ja. So, das reicht, oder? Ja. Hopp. Okay. Hopp. Na. Hopp. Cool. Kannst du dich... Klappt das? Ja. Nein! Nein! Scheiße. Noch mal. Wieder ziehen, ne? Natürlich geht's nicht. Scheiße. Ach, scheiße. Verrührung, ey. Ähm. Auf dieses Ding. Was ist schieben, ne? Genau. Oh. Loser. Hebe mich. Alter. Okay. Und zieh. Ja. Ganz drauf, ne? Ganz drauf. Okay. 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 Und zieh. Wirf mich doch rauf. Ja, aber wir müssen das noch ein kleines Stück nach da schieben. So, oder? Das könnte reichen. Probier's mal. Mach. Nein! Nee. Ah, fuck. Scheiße. Ja. Oh nein! Nice. Ja. Super Ninja Style. Ey, ich hab von Netflix die Sylvester Stallone Nummer, hast du die gesehen? Nee. Ultimate Beastmaster. Nee. Das ist so super trash, aber ich... Das hört sich auch so an. Ja, aber es ist tatsächlich, wo musst du dranbleiben, ich hab's mir tatsächlich angeguckt. So, bist du bereit? Ich mach dich, äh... Yes. Das sieht so aus, als hätten sie mir nicht nur einen Secret Area Guy in this Team. Ja, aber ist das eine Doku, oder was ist das? Nee, Mann, das ist so Ninja Warrior, aber... Ein bisschen mehr auf Videospiel getrimmt, aber trotzdem mit irgendwelchen Athleten. Also, das ist alles sehr, sehr, sehr abstrus. So, äh... Ich muss auf die Plattform. Und dann? Genau. Dann muss ich da raufhüpfen, auf die Plattform. Ah, okay, ja. Und dann muss ich dich holen, da oben. Okay, ich schaff's. Bist du bereit? Yes. Gut, okay. Whatever. Ich hätte auch einfach Schläger machen können. So. Aber ich komm hier halt nicht mehr hin, das ist das Problem. Du kommst sowas von da hin, Budi. Nee. Ich komm einfach da... Guck, ich komm da nicht mehr hin. Oh nein, ich schon wieder im Brainfuck. Ähm, ja, was ist denn mit den weißen Dingern? Kann man die noch verschieben, nach oben wieder? Nee, kann auch nicht. Das ist vorbei. Der Zoo ist abgefahren. Ich glaub, fast du musst... Kannst du oben rüberhüpfen und auch unter durch, Mann? Nee, kann ich eben nicht. Doch, kannst du. So, hier... Nein! Mann, du hättest mich da oben hinwerfen müssen. Dann hätten wir uns wieder ziehen können hier, weißt du? So, jetzt komm ich... Jetzt komm ich hoch. Bisschen, bisschen umständlich. Aber das müssen wir, glaub ich, so machen. Also, hier hin, dahin. So, pass auf. Jetzt hier. Ähm, bam. Wie zum Teufel hat das funktioniert? Durch maximale... Hu! Ne, ne... Gut Vitalität. Gut Vitalität. 206. Überall Füchse. Warte mal, was war das? Wie ist sie? Also überall Füchse. Ich brauch noch kurz ein bisschen Gutwasser. Ja, unbedingt, ey. Haben wir davon noch mehr eigentlich? Ich glaub leider nicht. Okay. Wir haben in der Karte, 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 in der Gutabteilung noch ein bisschen Gutwasser. Oh, gucken wir mal. Okay, ich werf dich rüber, ne? Yes. Ich werf dich mal hier hin. Oder... Ne, der schafft es nicht. Das da hinten ist doch der Fuchs von diesem einen Spiel. Fuchs. Der sieht ein bisschen aus wie das Spiel von Rhyme, der Fuchs, glaub ich. Von wem? Von Rhyme, dem Spiel. Der auch so minimalistisch, polygon, stylig. Naja, keine Ahnung. Ich check grad so Kinderspieler aus, die sehen sehr häufig so aus. Das meinte ich mit Dornen und reinwerfen. Genau, wenn du ganz am Rand gehst. Okay, ganz hier doch. Ganz am Rand, ja. Och, ey. Mach dich dick. Okay. Jetzt springen. Kannst du mich werfen wiederum? Ich glaube dich. Ja. Dick machen dick. Ja, ich war zu spät dran. Geil. Nur geil. Nur geil! Douglas ist raus. Nur Douglas. Kennst du die Kürze? Geht's vorhin zufällig? Großartig. Okay, warte. Jetzt musst du richtig springen zum richtigen Zeitpunkt. Kein Problem. Rierende Problem. Rierende Problem. Rierende Problem. Es leuchtet wieder der Bildschirmwort, wenn ich das richtig sehe. Oh ja, stimmt. Okay. Mellas, Countdown einfahren. Werbe-Countdown. Nein! Du hättest natürlich springen müssen. Regie von dir abziehen. Mach schnell, mach schnell. Ah, natürlich. Okay. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause! Ey, ey, ey. Wir haben nur Start und Stop gedrückt. Wir haben beide Pause gedrückt und dann ging natürlich immer Pause, Anpause, Anfrage. Das ist okay, wenn man Gewinner ist, muss man herablassen sagen, ist schon okay. Die sind ja hinten. Ja, mit Royal Beef hab ich das viel auf meine Augen. Auf jeden Fall. So, wir sind bei Couch on Couch. Ja, da ist er! Da, guck! Couch on Couch. Äh, geben wir in eine kurze Werbepause. Wir sind gleich wieder da. Ah! Mit... Steakums Weihnachtsfeier. No! 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 Wer hätte damit gerechnet? Niemand. Did you climb? Yes, you did climb. Yeah! Herzlich willkommen zum Couch to Couch. Wie man shift happens. Und bis dann auf jeden Fall ziemlich geilste... Auf jeden Fall. Couch Entrances. Wenn sich das mal nicht ein paar Formate abschauen. Ja, ey, würde ich sagen. Wir haben sehr viel Spaß. Hoffentlich habt ihr auch sehr viel Spaß. Ich glaube, unser Sofa hat ein bisschen mehr Spaß, weil wir beide immer noch vorn dran sind. Ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr Hass. Ein bisschen mehr von beiden vielleicht. Ja, danke auch an den Tweet. Die beiden gut koordiniert und wir beide so... Wir haben aber Gragilse, Gnagilse. Scheint, wenn wir zum Spiel jetzt helfen. Sind ja auch deine Monster. Ja, Flipzy und Flomflo. Redbridge and Bluebridge. So, wo sind wir? Wir sind beide... Nee, ihr seid noch in 2.05. Ja. Mimimi. In schnörkelige Baumkronen und wir sind bereits bei überall Fuchsbau. Uiuiuiui. Wir haben aber gerade eben ordentlich Zeit verloren. Ja, war nicht besonders smart von uns, könnte man meinen. Aber es hat am Ende doch geklappt. Ja, und ich würde auch fast vorschlagen, wir machen einfach weiter. Übrigens, wir haben uns jetzt entschieden, 23.15 Uhr, da werden wir die Zeit stoppen. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt gilt es, soweit wie möglich im Spiel voranzuschreiten. Alle bereit? Jo. Lass mal kurz nachrechnen. Das sind noch... Nein. Okay, es geht weiter. 37. Bieben, glaube ich, von jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Vier, drei, zwei, eins und... Ich habe alles vergessen, wenn ich weiß, es war auch hier. Ich kann das drücken, dann passiert das. Ja, du musst wieder hier hinkommen. Achso, wir müssen erst das Ding verschieben. Ja. Okay, wir machen das genau in die Mitte, dann kann ich dich rüberwerfen, weißt du? Ah ja, das ist super schlau. Nochmal. Okay, warte, warte. Okay, alles gut. Okay. Ich weiß noch nicht so richtig. Achso, du musst als Kleiner unten durch und dann zum anderen hin. Ich muss noch an den Hebel gehen. Oh, nein, du bist tot. Egal. Okay. Okay, cool, ich stehe. Sauschlau, ey. Was ist denn das hier? Nee, du musst noch an den Hebel ran weiter. Wir müssen beide gleichzeitig. Ah, alles klar. Ah, okay, drück nochmal bitte. Aber das bringt uns... Doch, nee, nee, drück nochmal. Drück nochmal. Nee. Was denn? Du musst hier rüberkommen, wir müssen das Ding wieder verschieben, glaube ich. Ja, ja. Weil das bringt, glaube ich, noch runter, das Ding. Ah, ich hab dich schon wieder getötet. Okay. Jetzt schieben wir das Ding weiter. Ich muss irgendwie nur rüberkommen. Ich weiß noch nicht wie. Aber wahrscheinlich hier. Noch weiter. Und jetzt, pass auf, jetzt rennst du gleich rüber. Ich mach mich dicke. Vorsicht. Ah, ja, okay, okay. Dann kannst du mich fangen. Genau. Okay, alles klar. Und los. Das ganz oben ist? Okay. Und los. Juhu. Nice. Eigentlich auch ein Rätsel zum Verzweifeln. Aber super smart. Ja, genau. Super smart gelöst. So, ich fahr dich rüber. Okay. Ach, nix zwei. Oh, jo, jo. Alter, alter. Knappes Höschen. Oh, jetzt muss ich gut werfen. Oh, scheiße. Wenn man sowas sagt, ey. Ach du. Ahnt es nicht. Warte, bis das Ding in der Mitte ist oder so, ne? Ja, ungefähr. Okay, das. Aber, aber, aber. Ja, du bist denn jetzt. Hinter den Dornen musst du mich werfen von da an. Hinter den zweiten Dornen muss das Ding sein. Okay, das ist ein Däum. Man könnte doch einfach rüberhüpfen. Nein, aber das hat mehr Stil, ey. Okay, ich muss aber trotzdem einfach rüberhüpfen. Das ist schlecht, ey. Oh, Gott. Aber jetzt muss ich werfen, schätze ich. Ja. Dann musst du mich fangen. Ah, damn. Hätten wir ihn kriegen können. Naja. Weiter machen. Okay, wir sind im gleichen Level, glaube ich, jetzt. Okay, bereit? Ich bin bereit. Drei, zwei und komme. Sehr gut. Pum. Ah, okay. Okay. Bum. Boah, sehr gut. Hä, sind das zwei Türen? Ja, das ist noch eine. Aber hier unten ist auch eine. Oben ist bestimmt wieder eine Secret Area. Wie ich dich kennen, willst du da natürlich rein. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ich bin tot. Oh, damn. Okay, dick machen, ne? Alles klar. Drei, zwei, eins. Dick machen. Yeah. Vorsicht, Vorsicht. Ja, genau. Sehr gut. 2-0-Drags. Ka-ching. Also, die sind hier herangekommen jetzt, ne? Äh, du musst trooten. Ja, ja. Ich gebe mal den Schalter, sobald ich... Genau. Und jetzt machen wir das hier. Und? Du auch. Und jetzt? Gute Frage. Egal, wir müssen einfach nur zusammen hier rüber. Ja, das stimmt. Schieben wir denn das Ding mal zu dir? Ja, schnell. Mach dich klein. Kannst du da rüber? Hier hoch und mich dann fangen, wenn du... Fuck. Ah, okay, verstanden, verstanden. Geh nochmal rauf. Es geht auf Zeit. Ja. Okay, und dann fängst du mich. Ja. Easy. Super. Ah, ich fang dich. Ich kann auch klein einfach rüberkommen. Okay. Ich muss mich jetzt greifen. Ich glaube, mit Hüpfen. Weiter geht dich. Du musst verspringen. Und rüber. Fang mich klein. Fang mich. Warte. Okay. Okay. Jetzt, ich setz dich mal ab, ne? Ja, besser ist es. Willst du rüber? Ja. Mach mal den Versuch, ja. Gucken, was passiert. Soll ich mit? Ich komm mit. Oh, okay. Werf mich rüber. Fang mich. Oh. Wow. Okay. Du musst fett werden. Ja. Nice. Geil. Jetzt flow das. Ja. Flow erleden. Ah, warte. Ähm, okay. Ich muss ein Stück Abstand. Und los. Das ist die Tür. Ich muss wiederbelebt werden. Warte. Okay. Was machst du? Wo seid ihr? Ich hoffe, die sind dort hängengeblieben, wo wir so easy weitergekommen sind. Das ist die Feder dafür. Was bedeutet das denn? Ich raff es nicht. Pass auf, anders, so. Komm mal hoch. Links hoch. Okay, mach ich gleich. So, ähm. Ah, nee. Kannst du nach rechts rüber springen? Schaffst du das? Das kann ich dir nicht holen. Nee? Nee, nach rechts. Ich hab ne Idee. Okay. Die ist noch nicht absolut spruchreif. Aber warte mal. Wenn du dich jetzt da raufstellen würdest, weißt du auch, das Ding? Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das viel nützt. Nee, ich weiß es. Stell jetzt ganz links ran, ganz links ran, das Ding, genau. Das kommt mit. Ja. Pass auf, du wirfst mich hoch, ich mach mich dick. Und das machen wir so lange, bis wir oben rüberkommen. Als Kleiner kommst du, glaub ich, hier rüber. Nee, man kommt da nicht rauf. Das Trampolin ist getriggert mit dem Ding unten links. Nee, oder? Echt? Ja, ja, das ist so. Lass uns mal das, ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay. Komm mal hoch. Ja. Dann machen wir das nochmal. Von eben. Und ich geh dann auf das Ding rauf. Okay. Mach dich groß, ne? Ja, okay. Nützt uns das irgendwas? Nee. Schade, ne? Komm wieder bei mir. Ja, mal rüber, da oben wird doch, ich, nee, pass auf, wir müssen, wir müssen erst mal rüber. Komm mal wieder zurück. No, komm mal erst mal wieder zurück. Scheiße, die sind bei uns, Alter. Nein, die sind echt, so, pass auf, erheb mich hoch. Ja. Du bleibst aber da. Du bleibst aber da. Okay. Okay. Siehst du? Ah, nee, das bringt, okay. Ja, okay. Okay, da kommen wir echt nicht hin. Pass auf, dann nochmal anders. Ey, wir waren gerade bei der selben Stelle, oder? Schnaute, nein, nicht tilten, hast du gesagt. So, ach Gott, ey. Geh mal hoch, genau. Ja. So, pass auf. Links rüber. Genau. Und versuch mal rechts rüber zu kommen. So, pass auf. Und. Aber das ist mit dem Ding da unten. Ach so, okay, okay, okay. Okay, aber das reicht nicht aus. Ja, ich muss mit Schwung drauf springen, glaube ich. Kannst du das mal nach da tun? Und dann. Ah, und dann schieß. Ja, wir dürfen nicht so laut reden, pass auf. Warte, warte, warte. Das schlägt man drauf. Nee, auf das Ding, oder was? Dann schlägt man drauf. Und jetzt machen wir das so, dass ich das Ding. Ah, ja, 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 ja. Was, ja, ja, ja. Ja, jetzt springen macht dich dick und ich kann oben. Oh, nee. Oh, nein. Das Ding muss da irgendwie wieder rüber. Aber das ist gut. Das ist wahrscheinlich das Rätsel zu lösern. Aber du kommst da auch nicht anders. Oh, damn. Ich muss irgendwie hier wieder hinkommen. Ja, da rauf musst du halt kommen. Scheiße. Wir haben irgendeinen Zwischenschritt verpeilt. Komm doch mal runter, oder? Ich kann es von da rüberballern. Das würde dich da rüberhieben. Aber wir kriegen das nicht da hin. Achso, doch. Kennst du so. Genau, genau, genau. Stell dir ruhig drauf. Ach, du stattst schon richtig. Echt? Ja, du warst schon richtig. Okay. Ah, gerafft. Gerafft, ja, super. Alles klar. Geraffte, ja. Okay. Nee, ich muss anfangen. Ist du bereit? Ja, genau. Aber du machst es einfach. Mach einfach. Das ist ja nicht timingkritisch. So, und jetzt mach ich das. Dann fliegst du hoch. Jetzt kannst du hart rüberhelfen. Lalalala. Nichts passiert. Warte, warte, warte. Ja, das war's. Nein. Oh, nein. Nein, wir müssen noch rüberhelfen. Nein, wir müssen nicht rüberhelfen. Oh Gott, okay. Nein, wir sind nicht tot. Oh Gott, ich rüber. Lange nicht. Alter, ist das bitter. Okay, das ist Trampolin-Action. Du kannst auch rüberkommen. Wir müssen auf die Dinger. Warte, warte, warte. Ich geh rüber. Ich geh rüber. Ja, du gehst rüber. Ich hab ein bisschen Sorge. Okay, rauf. Okay. Okay. Okay, okay, es passt. Okay, zieh das Ding. Jetzt kann ich doch rüberhüpfen, warte. Kein Ding, kein Ding. Wir sind nicht beide tot. Alles gut. Du musst ehrenrücken. Nee, ich muss einmal ehrenrücken. Okay, jetzt passt. Das Ding ist da. Das Ding ist da. Und ich hüpfe. Okay, jetzt kannst du es loslassen. Sauer, Alter. Okay. Schieß rein. Kannst du mich nehmen? Und werfen? Kein Problem. Was immer du möchtest. Okay, dick machen, ne? Ja. Obwohl, das geht von der anderen Seite, das Ding. Nee, mach... Ja, hä? Wir müssen beide auf das Ding rauf, da. Glaube ich. Da muss ich dich rüberwerfen, oder so, oder? Ich weiß nicht, versuch's mal. Das hat auch keinen Sinn. Vielleicht klappt's ja. Wollen wir da das Ding von der anderen Seite machen müssen? Ich werf's erstmal nach rechts, ja? Ja. Das sind auszuprobieren. Da verlieren wir ja nicht. Funktioniert. Wir sind zwar tot, aber... Ja, wir sind beide tot. Ah! Los, ey! Nein, siehst du neben dir ran! Ja, komm, los! Okay, los! Ja, es ist unfassbar. Wir wissen ja auch, wie es geht. Los, komm. Ja, komm. Nein, fuck! Oh, komm, komm! Ja! Oh Gott, ey! Ah! Oh nein, scheiße, scheiße, der Hans. Komm, 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 komm! Und, oh Gott, wir müssen diese Rätsel noch re... ... 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 Okay. Okay, ich geh? Mhm. Okay, jetzt musst du auch verkommen. Nee, 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 nee! Ah, nee? Oh nein, ich kann... Nee, doch, das passt, pass auf. Kann ich fangen halt vielleicht? Ja, pass auf. Scheiße, scheiße, scheiße. Und das los ist... Oh, was, was? Oh nein, die Pelle haben uns ein Screen ausgemacht, ey! Du kannst nicht mehr gucken, was die anderen machen! Ah, nee, war das voll richtig hier. Ach, seid ihr immer noch da? Schnauze! Nein, nein, wir sind gestorben, du Pelle! Nee, nee, warte, du, nee, nee, was denn? So, jetzt draufhör, ich muss hier. Nee, drüberwerfen, das war so. Nee, nee... Oh Gott, wie war das? Nee, ich muss dich hier hochbringen erst. Okay, komm, ich muss dich doch erst mal hochbringen. Ah, ja, okay. Also... Ah, krass aus! Ja, genau. Okay, jetzt kann ich rüberhüpfen. So, warte mal, so... Nee, nee, warte. Yes, exküse mal. Scheiße! Nee, stell dich drauf, stell dich drauf. Ah, ja, genau. Wir müssen das hier mal hermachen. Warte. Musst du es wieder hinschicken? Ja, springen. Und jetzt wirst du gleich nach oben geballert. Alles klar. Okay. Ich hoffe so sehr, dass die sterben. Ich auch. Nein, nein, nein. Das brummt so schön. Okay, warte, 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 warte. Okay, ist los. Ja. Na ja. Okay. Warte, lass warten, bis es durch ist. Okay, jetzt. Okay, ich bin drauf. Und jetzt musst du mich fangen. Nee, musst du nicht. Okay. Okay, jetzt dürfen wir es nicht so dumm anstellen. Nee. Ich weiß nicht genau. Weil wir waren wahrscheinlich ein bisschen Pech dabei. Verbutungsweise. Okay, ich hüpf rüber, ja? Nee, weiter rüber. Achso, nee, stimmt. Wir müssen beide rüber, ne? Ja. Wollen wir dann erst die andere Seite machen, ne? Alter. Ich werfe dich dann nach links jetzt, ne? Oh nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das Ding irgendwie, ne? Warte mal. Wir müssen nochmal zurück, glaube ich. Warte, ich nochmal klein. Kann ich dich nehmen? Okay, komm. Genau, oder so. Okay. Jetzt werfe ich dich nach links, okay? Okay. Okay, komm her, zu mir. Bereit? Ja. Und eins, zwei, drei. Oh. Okay, wir sind nicht gestorben. Du musst wieder links rüber. Ja, warte. Okay, okay, jetzt nimmst du mich gleich. Drei, zwei, eins, dann nehmen. Okay, brauchen wir nicht. Ey, boys, seid ihr noch in dem Level? Fuck! Damn, das war so... Das letzte Rätsel in so einem Scheiß-Level, ey. Oh, shit, okay. Okay, nochmal. 24 Minuten noch. Ist okay. Wir müssen einfach... Loser. Okay, komm ich da rauf? Nein, ich war fröh! Boah! Und rauf mit dir? Nee, du kannst... Okay, ein Sprung. Du kannst ihn mal klein, genau, und dann kannst du zu mir kommen. Nee, nicht genug Schwunggold. Nochmal von vorn. Okay. Und jetzt rüber. Okay, drück nochmal. Kommst du da hoch? Nee, du musst mir helfen, Mann. Ich spring hier rüber. Okay. Und hopp. Ey, sorry. Bereit? Ja. Nice. Hättest du dich schon dick machen können, aber egal. Ah, ganz. Kein Ding. Okay. Go, 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 go. Okay. Okay. Äh, okay. Was ist das? Was passiert hier? Muss mich fangen. Okay. Und nun? Wirf mich hoch. Muss auch hoch. Ah, okay. Okay, verstehe. Das ist noch eine Zeit. Jetzt. Spring. Ja. Nein! Sorry. Jetzt fang. Ja, nice. Oh, geil. Oh. Okay. Okay, vorsichtig. Ich hole dich. Äh, spring rüber. Und jetzt nimm ich das. Pass mal hin. Guck mal, was passiert. Das ist bestimmt nützlich. Ja. Okay, einer von uns muss irgendwie da rüber. Guck mal, ob das, bringt das da was? Wenn das da, ne. Das sind Laserbarrieren hier. Ah, ich weiß was. Ich weiß wie. Erzähl. Guck mal. Nimm das Ding. Auf den Aar, auf den Kopf. Nimm das Ding auf den Kopf. Auf den Kopf. Die Kiste, die Kiste. Hebe die hoch. Ah, du gehst hier rauf. Du gehst auf die Kiste. Genau. Nice, oh man. Guck an. Kannst du rüber? Ja, ich muss die Kiste mitnehmen. Wieso? Ne, wir können nach oben fliegen, oder? Ich brauch die Kiste wahrscheinlich. Ach, natürlich. Du musst jetzt mit der... Du musst... Du musst... Nein. Nein, nein, nein. Guck mal, ich muss jetzt da hin. Und dich da so rüberluchsen. Musst du die Kiste mitnehmen? Ja, ja doch, Kiste, aber sonst nach oben. Komm her, komm her. Oh, oh, nochmal. Hol die her. Ich hab dir schon geplä... Ich hab den... Nein, nein. Nicht so. Komm, nochmal runter. Du musst hier... Ich muss hier hoch und die Kiste annehmen. Im Prinzip. Du musst hier hochwerfen. Erstmal bring ich dich hoch. Genau. Mach nichts. Wieder beheben. Hat funktioniert. Mach dich erstmal klein. Nee, nee, nee. Okay. Sorry, ich geh noch ein Stück hierhin. Überleb mich wieder. Ah, natürlich. Okay. Gleich musst du hüpfen, weil ich sofort... Hallo. Hab's. Nice. Cool. Okay, mach dich klein. Ja, ich... Ich geh auf die Kiste. Genau. Oh, noch mal. Ach, ich... Ja, natürlich. Nein, wir sind vorne. Nein, wir sind vorne. Leiser kommunizieren. Leiser kommunizieren. Nein. Cool. Okay. Du musst nicht groß sein, ne? Doch. Okay, du musst groß sein. Okay, komm ich hoch. Okay, ich muss den Arm mal kurz ablegen und ich... Okay. Kommst du da schon rüber? Ich weiß nicht, ob ich der durch kann. Ja, oder? Kann ich. Alles klar, super. Und komm her. Nice. Okay, jetzt kannst du ja auch einfach hier oben kommen. Ja, nee, du musst mich fangen. Nee, du kannst auch wieder unten durchgehen. Ja, oder so. Ich glaub, fangen... Wer ist gegangen? Who cares? Okay, Alter. Wie sieht's denn aus? Ich weiß es nicht. Die sind einen weiter, glaub ich. Ihr seid in 208 Bergwanderung, ne? 209. Okay. Schön. Ja, wir auch. Ja, okay, los, komm. Okay, komm. Und los. Irgendwas mit der Kiste müssen wir machen. Ich sehe das jetzt schon. Okay, gleich. Ah, gleich. Kann nur, dass die Kiste rüber... Nee, die Kiste rüber. Die Kiste muss... Ich hoffe, ich stehe mich auf die Kiste. Ja, genau. Geht das? Da weiß ich nicht. Nee, geht nicht. Versuch mal. Ist das was? Nee, ne? Doch. Doch. Okay, okay, einen noch. Hammer. Okay, jetzt komm ich da rüber. Warte. Ja, super. Müsst du das Ding rüber schieben, dann kannst du da raufhüpfen oder so. Ja, genau. Dann kannst du mich nehmen. Sehr gut, Alter. Ja, boah. Mach dich dick, mach dich dick, mach dich dick gleich. Jetzt. Nein, es sind. Du brauchst nicht, brauchst nicht werfen. Ja, komm mal her. Komm los. Ich mach mich dünn. Alles klar, werfen. Werfen. Boah. Das ist krass. Okay, komm mal wieder. Ticken wir noch mal. Hier rüber. Tauschen wir wieder gleich. Mhm. Ready? Okay. Achso, warte. Und drücken. Okay, genau. Achso. Ich schiebe mich wieder hoch. Ja, sehr. Ja, gut. Ich muss nur. Ja, ja, ich bin dumm. Okay. Sprechen wir einfach ein paar Mal. Noch ein paar Mal spielen. Ja, okay. Oder so. Soll ich werfen? Äh, nee, zu gefährlich. Aber nach oben kann ich. Okay. Tautaschen wir. Okay. Okay. Ähm. Ich kann mich draufstellen einfach. Ja, mach das. Nice. Okay, warte. Dann muss ich die aber werfen. Ich werde die nach oben. Okay, dann muss ich nach rechts gehen. Okay. Nicht, nicht, nicht. Ah, ich Idiot. Oh, die Böden. Scheiße, war dumm. War dumm. Ne, Quatsch. Ne, warte. Es geht doch so. Es geht doch so. Ich kann so rauf. Und dann tauschen wir in der Luft gleich. Und... Zwitschi. Achso, ich glaube, so. Fuck it. Oh, fuck. Oh nein, oh nein. Warte, warte, warte. Da oben kann ich, glaube ich, schon hinwerfen, oder? Na gut. Ähm... Wahrscheinlich... Irgendwie... Versuchen wir es mal. Wir wissen noch gar nicht, was mit was gekoppelt ist. Achso, das ist mit dem gekoppelt. Okay. Was ist das da oben? Was ist das gekoppelt? Da muss man... Pass auf. Ah ja, okay. Das macht Sinn. Pass auf. Ne, das hier hin. Komm mal mit, bitte. Komm mal raus. Ne, komm mal links raus. Pass auf. Ich werf dich hoch. Ja. Und dann fängst du mich oben. Pass auf. Ich hoffe, das geht, dass du mich fangen kannst. Ne, geht schon wieder nicht. Weil du musst mich dagegen werfen. Weißt du? Ja. Ja, stimmt. Und dann erst kann ich das Ding... Okay, dann können wir es aber auch da lassen. Ja, genau. Obwohl hier, das fehlt dann hinten das Ding noch rein. Wir müssen erst den Schalter machen da oben. Erst den Schalter. Okay, passt bereit. Eins, zwei, drei. Yes, das ist richtig. Okay, komm mal runter. Okay, Zeit. Achso, das muss rüber. Warte mal, so. Jetzt nochmal. Jetzt nochmal. Habe ich drauf? Nein, wir haben... Ach, das ist Zeit-Schalter. Scheiße. Ja, genau. Dann... Okay, okay, aber das ist easy. Easy peasy. 15 Minuten noch. Okay, hoch mit mir. Okay, bist du bereit? Springst du auf das Ding? Ja. Jetzt muss ich dich gegenwerfen. Ach, du musst dich dick machen dabei. Okay. Alter. Alter. Nochmal. Ja, ja. Boah, hier sehe ich Potenzial, dass wir beide sterben. Ja, komm, versuchen wir es mal. Nee, das können wir ja gar nicht gut. Okay. Ich mach mich richtig drüber dick. Bist du bereit? Ja. Ich überlege gerade, wie das machen wir. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Wir müssen zuerst schon Schwung holen. Wir müssen auf der rechten Seite dann, glaube ich, anfangen. Oder? Sorry. Na, ich überlege gerade. Jetzt mal hier machen, okay? Nein, 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 nein. Okay. Shit. Shit, sorry, ja. Okay, du bist die dicke Seite. Und dann musst du switchen. Ja, fuck, wie geht denn das jetzt? Immer switchen in der Luft. Du musst immer dick unten ankommen. Oh, ja. Okay, bist du bereit? Ja. Und dann musst du... Ja, war nur das Sprechen. Nee, das klappt nicht. Ich kann da nicht oben bleiben. Dann habe ich auch gar keinen Effekt. Dann werde ich auch nicht gut katapultiert. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Wir müssen das aber hiermit schaffen. Es gibt eine Hochwerfung vielleicht. Kannst du rüberkommen? Komm mal rüber zu mir. Ich spring mal dann dabei hoch. Achso, ich heb dich mal hoch. Und dann werfe ich nach oben. Mach ich mich dick? Ja, okay. Und ich... Ah, andersrum dann vielleicht. Weißt du? Ja. Machen wir mal so. Ich spring nochmal rum her rüber. So rum? Macht das Sinn? Doch, macht Sinn. Macht Sinn. Versuchen wir es. Machen wir nochmal. Also komm links rüber. Genau, fang mich. Ich habe es versucht. Shit, Mann. Okay. Kannst du mich nehmen? Genau. Okay, und? Hoch, ja? Ja, genau. Und dann? Aber dann kannst du dich nicht switchen, weil ich dann verreckt bin. Ach ja, nein, stimmt. Versuchen wir es nochmal. Ja, genau. Ah, Mann, ja. Es ist so eine dumme Sache. Kann ich da schon hoch dann? Nein, das geht auch nicht. Fuck. Warte, wir machen es so. Warte, wir gehen beide rüber auf die linke Seite. Ich hüpfst hier rüber. Hier ist es halt ein bisschen höher. Weißt du, dann werfe ich dich hier mal hoch. Vielleicht reicht es dann. Okay. Ich hüpf dich hier auf die rechte Seite. Und du musst hüpfen. Ja, okay. Oder? Nee, auf die linke. Nee, eigentlich auf die linke. Und du musst währenddessen rüberhüpfen. Bist du bereit? Ja. Ah, okay. Ah, scheiße. Wo warst du? Okay, komm rüber. Ja. Machen wir es andersrum jetzt. Okay. Bist du bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Äh, nee, andere. Ach, die Ha... Nein, 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 nein. Okay, okay. Lärf mich? Alles klar. Okay, auf die untere. Alles klar. Oh, ich bin bereit. Nee, das schaff mir zeitlich gar nicht. Wenn wir uns beeilen, aber mir fällt nichts anderes ein, Mann. Mir fällt auch nichts anderes ein. Ich werfe dich hoch. Komm hoch. Das muss so gehen eigentlich. Du, pass auf, sobald du mich hochgeworfen hast, du triggerst... Nee, weil ich kann in der Luft ja werfen schon. Ich spring rüber so, werfe dich nach oben, dann switchen wir. Okay. Du switchst. Genau, wenn du oben bist, switchst du. Nee, wenn du den Peak erreicht hast, okay? Okay, ja. Zu früh. Ja, aber das geht. Boah, das war knapp. Aber ich muss früher switchen. Ich muss dich werfen, dann müssen wir switchen sofort. Okay. Oder andersrum. Okay, los? Ja. Nee, ich hätte rüber rein müssen. Ja, ja. Du bleibst mal dicke, sonst bin ich verwirrt, glaube ich. Okay. Okay, scheiße. Okay, du hüpfst. Okay, ich. Ich hüpf hier hin, ne? Ja, ja. Genau. Und ich hüpfe nach rechts. Alles klar. Und wir switchen, sobald ich dich geworfen habe. Ja. Okay, und los. Ah, es hat geklappt. Das ist dumm, aber es hat geklappt. Ja. Ich weiß ehrlich nicht, ob das Lösung ist. Ich weiß auch nicht, aber das andere fällt mir gerade nicht ein. Ah, warte mal. Ah, fuck. Okay, wir switchen nochmal. Okay. Das kann gerade besser funktionieren. Ist es soweit? Ja. Okay, ich werfe dich und switche. Ich habe es nicht geschafft. Aber knapp, glaube ich. Ich switche. Okay, nochmal. Ich komme da nicht mehr rüber. Nein. Es muss eine andere Lösung geben, Alter. Von hier links oder so? Da warten wir halt die Lösung doch irgendwie. Versuch uns doch mal. Entschuldigung. Nicht wechseln. Nicht wechseln jetzt, sonst sind wir wieder tot. Ja. Fuck! Das ist das nochmal so versuchen, Alter. Ich werfe dich jetzt hier einfach hoch und du, wir switchen dann, okay? Ja. Das ist vielleicht machbar, ich weiß es noch nicht. Oh, lass versuchen wir es nochmal. Sieht nicht so super unrealistisch aus, oder? Ich werfe dich nochmal von hier, okay? Okay. Und switchen. Nee, das war zu knapp. Shit, ey. Warte mal kurz. Ist ja irgendwo noch... Nee. Oh, die Sekunden. Die Zeit. Oh, ich bin tot. Und was für Sekunden? Da laufen Sekunden runter, wenn ich aus dem Bildschirm rauskomme. Ah, okay. Warte mal, lass uns mal vielleicht von hier versuchen. Das macht auch keinen Sinn, ey. Also da oben ist halt diese Rücke, aber das ist wieder eine Secret Area. Scheiße, ey. Wir sind beim Brain-AfK gerade. Warte, ich mach nochmal so. Versuchen wir uns nochmal so, okay? Ja? Ich werfe dich rüber. Warte. Ah, nee, das kann nicht sein. Ich hab gerade überlegt, wenn wir beide auf dem sind und uns immer gegenseitig hochwerfen, dann vergiss ich es, nee. Lass es nochmal folgendes Problem. Du wirfst mich hier hoch. Du wirfst mich genau. Und dann muss ich, dann muss ich hier hoch, glaube ich. Und dann? Ja, weiß ich auch nicht. Versuchen wir nochmal. Brüste mich zurück. Weil wir müssen so hin und her gehen dabei vielleicht, dass wir, weißt du, circlen, oder was? Weiß ich nicht, ja. Versuchen wir nochmal, okay? So, bereit? Ja. Spring. Nee. Du kannst dich ja dick machen, dann nochmal. Ja, aber dann stirbst du doch. Wir müssen immer, immer, immer. Wir müssen immer. Also, wenn ich in der Luft bin, muss ich links, oder was? Ja. Ist der Dicke immer links? Ja, ja. Ja, alles klar. Okay, ich versuche das. Okay. Da muss ich rüber, ja. Ja, jetzt. Okay. Ich nicht, ja, drücken. Okay. Okay. Okay, ich höre rüber. Ja. Okay, bis soweit? Ja. Ah, okay, ich bin nicht gesprungen. Okay. Jetzt haben wir es. Ja, komm rüber. Okay. Okay. Okay, zwei, zwei, eins. Ich bin langsam. Ich bin zu langsam. Puh. Okay. Du konntest, du konntest, du konntest, du konntest schon rüber. Noch fünf Minuten. Danke, Sabine. Was sind die noch? Ja, das heißt, du konntest, du konntest, du konntest, du konntest, du konntest, du konntest. Komm runter. Okay. Okay. Ey. Nein, 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 nein. Du bist da unten. Ich werfe dich dann da rüber. Oh. Oh. Oh, beide gleichzeitig. Okay, beide gleichzeitig. Ja, beide. Ja, beide. Ja, beide. Eins, zwei, drei. Ah, hast du nicht erwischt. Hab's schon. Okay. Okay, drei, zwei, eins. Hammer. Okay. Okay, ich springe rüber. Mit werfen, oder? Oh, Mann. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube ja sehr wohl, Herr Budiman. Ich glaube, wir können auch einfach so rüber. Können wir zusammenbleiben? Nee, ne? Auch so ein Trongarier? Ja, doch. Ich glaube, es geht. Ich kriege Arne ein Rätsel hier, aber gut. Ah, okay. Nicht so das Maximum-Rätsel. Okay, das ist der Werfaction. Ich lass dich einfach fallen. Okay, mach du zuerst. Sehr gut. Okay, dann ist der Werfaction. Okay. Hammer. Haben wir schon mal einen High-Five gemacht eigentlich? Nein, Alter. Haben wir nicht. Warum nicht? Alter. Boah. Ich hab die ganze Zeit gedacht, die werden schon weiter. Ich auch. Zwei Minuten. Nein, was? Warum denn? Wir haben doch alles geregelt. Springen wir zuerst? Ja. Kommst du da so rüber? Ja. Kannst du den Schalter dann noch mal aktivieren? Hä, der ist doch da jetzt. Der ist doch jetzt eigentlich aktiviert. Okay. Whatever. Whatever floats im Boot. Ja, komm, ich trag die rüber. Du musst das Ding schieben und ich muss draufstehen. Jetzt kommen wir nicht mehr in die Kiste dran. Sehr dumm, ja. Das ist verbuggt. Wir haben einen Bug. Spiel hat Bug. Okay. Warte, ich geh runter, ja? Ach, ich mach das. Hä, das geht auch nicht mehr. Ah, sauber. Okay, wir haben einen Bug. Oh, shit. Kriegen wir das hin und richtig synchron machen? Ja. Drei, zwei, eins. Alter, krass. Yes. Was hier von uns abverlangt wird. Vielleicht sind wir Kornos-Freundes am Spielen, Mann. Ja, Mann. Nein, 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 nein. Oh Gott, sollten wir nicht. Ja, jetzt haben wir... Immer wenn man überheblich mit uns so dummen Scheiße labert, passiert genau das. Scheiße, Mann. Es ist einfach der Fluch des Spielens. Wo war der? Das könnte rundendurch, naja. Egal. Ne. Wurscht. Wo? Das war ich nicht. Ne. Ne. Lügbein. Nö. Level neuer Start. Einmal noch nicht. Ich mach hier. 30 Sekunden. Alter, noch 30 Sekunden. Echt? Geil. Okay, komm. Dann gehen wir nochmal dahin, wo wir eben waren. Drei. Zwei. Eins. Okay, das hat diesmal nicht geklappt, andersrum. Schade. Schade. Drei, zwei, eins. Das war so knapp. Alter. Bleib mir einfach hier stehen, bevor wir nochmal sterben. Scheiße. Ne, los. Biz, komm. Können auch beide sterben, dann könnten wir ein Level neu starten. aber so bringt es halt nicht. Zwei, eins. Weil ich glaube, die Lösung war richtig, die wir gemacht haben. Nur drei, zwei, eins. Guck mal, wir haben das Rätsel gelöst, der ist da oben, aber es geht nicht weiter. Wie jetzt? Ja, guck mal, hier ist das Rätsel. Du machst das Ding, springst hier runter. Ja. Dann wirfst du den Kollegen schnell gegen, er macht sich dick, das Ding fliegt da hoch. Ihr habt das Ding dann da gefangen auch überhaupt. Das müsste doch eigentlich durchfliegen müssen. Das hier durch? Nein. Bei uns ist das einfach da oben reingeflogen, in das Teil, wo das aufgefangen wird. Da oben drüber, dieses Aufsaugteil. Welches Aufsaugteil? Das Teil da drüber, wo der weiße Strich dran ist. Weißt du? Ja, genau. Wer er wegführt. Da ist der Gegengehauen. Das hat er bei uns nicht gemacht. Das war einfach verbuggt. Und jetzt kommen wir halt auch nicht mehr zurück, weil wir die Kiste nicht mehr haben. Also es ist einfach bug. Ihr könntet euch werfen sonst halt. Nee, wir können uns nirgendwo mehr hinwerfen. Wir können uns hier rüberwerfen, aber das Problem ist, wir können uns hier nicht mehr fangen, oder was? Genau, hier können wir ja nicht mehr. Oh, scheiße. Ah, okay. Scheiße. Ach man, ey, das ist natürlich dann unfair. Dann kann man natürlich auch keine Sieges-Häme oder keine Flieger-Häme überall hinwerfen. Ab dem, die entscheidet schon. Ja, ey, aber was wir auf jeden Fall festhalten können, das war mega spannend. Auf jeden Fall knapp. Ey, danach wäre auch noch ein Rätsel gekommen, was uns auch ziemlich viel gehört schmeißen. Ey, boah. Das hätten wir aber locker geschafft. Wir hatten ein Level am Anfang, das hat uns erst mal richtig abgefuckt. Und das war nicht mal ein wirkliches Rätsel, glaube ich. Es war nicht mal richtig schwierig. Wir waren einfach blöd. Ja. Ja, wir waren auch hin und wieder. So ist das halt. Gut. Ist ja auch Couch an Couch, nicht Brain an Brain. Wir können auch Matheaufgaben nehmen. Nächstes Mal. Brain an Brain. Brain an Brain. Ja, trotzdem, ich würde, ja, Bug, Scheiße, kann man echt nicht bewerten. Ja, ich würde gerade sagen, jetzt können wir uns auch gar nicht so richtig freuen. Ja, aber als ihr da angekommen seid, wart ihr schon weiter von dem hier. Ja, unser Bug ist erst. Wir hätten euch natürlich wieder aufgeholt. Hier, hier, Clongs, habt ihr das gesehen? Da, checken bitte. Geht doch mal ran an die Stelle. Diese Stelle. QA muss mal da ran. Level Nummer? Ich würde aber 2-0-0. Ich würde generell sowieso sagen, Revanche. Also wer weiß, es gibt noch andere gute Titel. Ich glaube, so diese Konstellation, die könnte Spaß machen, ey. Sofort, ja. Auf jeden Fall. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's. Ben, ja. Schneck. Puli. Haben wir geschafft trotzdem. Leute, so, ja, hier. High Five. Ein leicht sauer schmeckender Sieg, aber ein Sieg immerhin. Aufwachen lang. Oh nein. Oh oh. Was ist kaputt gegangen? Nichts. Nichts. Ich dachte zuerst, das wäre der echte Budi. Daniel Budikopf. Daniel Budikopf. So, klar. Das war's mit Couch on Couch heute. Hoffentlich hattet ihr viel Spaß. Wir hatten es. Ja. Sehr sogar. Grüße an die Clonk Games aus München. Schöne Spiel habt ihr gebastelt. Super. Zu viel Gehirn. Cool. Ja, sehr, sehr viel Gehirn. Sehr viel Gehirn. Sehr viel Gehirn. Ist eher was für Vormittags, Mittags, würde ich sagen. Wenn ich das in meinen Tagesplan einbauen würde. Ja, Vormittags. Können wir doch mal kurz auf unseren Bildschirm? Es ist nicht Glas. Nein. Überraschung. Du setzt mich hin. Nur drücken und Hüpfel. Wir haben jetzt den Blowey erfunden. Den Glowy? Den Blowey. Den Blow. Warte. Ja, Party Blowey. So, wunderbar. Mit den Party Blowey-Bänden leer. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut. Ciao, Ewaui. Ciao, ciao. So, ich weiß nicht, was ich da war. 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 Vielen Dank.